Trinkt ihr euren Kaffee gerne kräftig aromatisch? Mit der Intens-Aroma-Funktion der Melitta Caffeo Barista TS holt ihr mit nur einem Knopfdruck ein besonders intensives Aroma aus eurem Kaffee. Anstatt zwei Brühphasen wie im Standardbrühverfahren gibt es nun drei. Im Drei-Phasen-Prozess startet nach dem Anbrühen die Intens-Aroma-Phase. Hier fließt Wasser langsam durch den frisch gemahlenen Kaffee. Die Aromen werden so länger gelöst. Danach wird die Geschwindigkeit in der dritten Phase erhöht. Das Ergebnis? Ihr bekommt dann einen sehr intensiv aromatischen Kaffee und müsst nicht mal die Kaffee- oder Wassermenge verändern. Egal welches Kaffeegetränk ihr gerade wollt. Viel Spaß mit der Caffeo Barista TS! Eure Stefanie vom Melitta Team.